Das ist komisch. 93, oder? Ja, sollten es sein, aber es sind nur 92. Los geht's! Ja, ja! Du hast deine 15-Jährigen vergewaltigt! Was soll das? Du hast sie missbraucht! Die ihr beide geht mir aus dem Weg. Alles, was du tust, nehmen wir mit uns! Wir vergessen es nicht! Ihr hättet es einfach laufen lassen sollen! Du hättest du mir halt, böse Keil! Wieso geschieht das noch mit uns? Bis heute Morgen. Bis heute Morgen.